From the moment of first contact, it is already too late, when a demon attaches itself to a human, it becomes a parasite of sorts. Folg mir bei Twitch. Okay. Was zur Hölle hat Papa hier gemacht? Genau, Matsch, genau. Genau, mach es, genau so, dicker. Oh, Streichhäuser. Da war ein Schlüssel drin, okay. Okay. Okay, geht nicht. Ach, lol, das war, was wir durch das Loch gesehen... Ach, wir waren auf der anderen Seite. Wir waren auf der anderen Seite, aber da sind wieder Bilder, Chat. Ich glaube, wir müssen ein Bild machen. Achtung! Okay. Okay, jetzt kommt Musik. Ach du Scheiße. Hä, da ist was drauf. Kann ich die Bilder angucken? Lol. Okay. Okay. Okay, da sind drei Zeichen drauf und ein Fragezeichen. Okay. Madison Hale. Madison Hale. Papa sagte, er würde das Haus von Opa reparieren. Stattdessen hat er Nachforschungen über diese Frau angestellt. Was geht hier vor? 43 Jahre alte Satanistin tötete ihre eigene Familie während einer Echsen-Zeremonie. Ach, Echsen, genau. Man mag es kaum glauben, aber die 43 Jahre alte Frau wurde dabei ertappt, wie sie Bilder aufnahm von einem ihrer Opfer wahrscheinlich. Ach du Scheiße, Dinger. Polizeibeamter Russell bezeugt. Wie wir von der Polizeistelle informiert wurden, hat der Beamte, der das Leben von Madison beendet hat, ausgesagt, dass die Serienmörderin vor ihrem Tod um ihre Sofortbildkamera gebettelt hatte. Es wird vermutet, dass die 43 Jahre alte Frau Fotos von ihren Opfern gemacht hat, nachdem sie diese verstümmelt hatte. Okay. Liebe dich auch, Dinger Matsch. Vielen Dank, Mann. Okay. Einfach ein Tresor, Dinger. Oh. Oh, Chat. Ja, ich fühle mich hier ein bisschen verbunden. Sag ich euch, Retalk. Das ist eine Kassette. Die hat man damals benutzt. Das war immer sehr, sehr geil. Oha. Aber Layla ist halt einfach zu klein für den Schl... Einfach zu klein für dieses Ding. Okay, keine Ahnung, was wir damit machen können. Wir brauchen auf jeden Fall eine Videokassette oder so. Oder einen Borg-Man. Ah, haben wir den Schlüssel hier? Ja, sehr geil. Ja, 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 ja. DJ-Sasse-Official-Abonniert seit 29 Monaten. DJ-Sasse-1-Nice-2, DJ-Sasse-1-Nice-2, DJ-Sasse-1-Nice-2. Okay, wir haben ein Buch bekommen. Notizbuch von Luca. Nehmen. Oder... Also war es Papa? Ich darf nicht reingucken anscheinend. Okay, aber wir haben ein Buch von Luca. Ein Notizbuch. Können wir das aufmachen? Okay. Okay. Alter, ich bin wirklich... Ich bin wirklich Luca, Alter. Er sagt gerade, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gezeichnet habe. Bein der Schwester. Okay. Mom-Arm. Okay. Und Dads Kopf. Müssen jetzt alles abbauen. Oh nein! Dann viel Spaß beim Abbauen. Hey, das ist ja das Schlimmste überhaupt. Okay. Also das ist ja mal richtig creepy. Warum ist da oben noch ein Auge? Da ist nichts drin. Digga! Digga, wie ich sofort Gänsehaut bekomme. Digga, das ist... Nein! Was ist das jetzt für ein Raum hier? Alter, jetzt sind wir in der kompletten Wohnung. Opas Haus ist das. Ich war hier nicht mehr, seit er gestorben ist. Digga, dann sag mir jetzt nicht, hier schwirrt irgendwo Opa rum, Alter. Kein Signal. No Signal. Wir müssen ja immer noch nach Zahlen gucken oder so. Oh, ne Videokassette. Oh, nice. Äh... Okay. Ich denke, Opa hatte einen Generator im Keller. Ja, genau! Im Keller! Natürlich! Wie soll ich denn jetzt bitte hier einen Keller finden, Bro? Ja... Digga, warum ist hier alles rot, Alter? In meiner Oma und Opas Zimmer. Naja. Okay. Da machen wir wieder ganz schnell wieder zu, mein Freund. Alter! Digga, warum sehen Keller immer gleich aus? Das ist der Generator, oder? Ach du Scheiße. Alle sind off. Hä? Hä, woher soll ich denn wissen? Hoch, runter. Runter? Hoch? Digga, wie soll ich das denn wissen? Ja, toll. Was jetzt? Auf oder on? Okay. 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 Oh, Bruder. Okay, wir haben wieder Strom, mein Freund. Okay. 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 Digga, diese Sounds immer... Okay. Solange keine Bilder sind, müssen wir keine Bilder machen. Also... Ja, perfekt. Also genau so was müssen wir ein Bild machen. Okay. Ah, lol. 9 Uhr. Und es stehen geblieben. Okay. Können wir die nehmen? Ne, können wir nicht. Ich... Ich muss einen Weg finden, diese Tür zu öffnen, wenn ich aus diesem Haus raus will. Okay, ja, da müssen wir jetzt ein Bild machen. Okay. Okay. Knock, knock geht nicht mehr. Oha. Okay, da haben wir aber jetzt nichts, gell? Nö. Oh, vielleicht müssen wir den Fernseher anmachen. Und sehen dann vielleicht irgendwas auf dem Fernseher. Okay. Okay. Ja, genau. Ihr findet einfach einen anderen Sound. Genau. Ihr seid ja scheiße. Oha, was ist da? Okay, da will ich nicht reingucken. Okay. Ich glaube nicht, dass ich da herankomme. Das ist zu weit oben. Oha. Ah, lol. Hier sind wir in der Küche. Ah. Okay, vielleicht... Vielleicht finden wir hier irgendwas. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn die Oma hin hier? Was ist denn das für ein Sauschal? Ich sag's euch. Mein, äh... Kannst du mal bitte hier die scheiß Tür aufmachen hier? Ich muss da reingucken, ob da was drin ist oder... Ja, siehste. Ich sag doch, da ist was drin. Aber was ist das denn hier? Ein drehäugiger, äh, 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 Stift mit... Mit Draht dran und so. Okay. Nehmen wir mal mit hier. Oh, haben wir nicht eben irgendwie eine Tür? Oha. Schau, wie logisch das gemacht ist. Digga, wenn jetzt der scheiß... Sturm hier nochmal was kaputt macht, dann raste ich hier aber wirklich aus. Okay, überall sind hier... Kein... Ne, gell? Dreieckschlüssel. Ah. Okay, ne, können wir nicht benutzen. Ich glaub, der hat ein Fetisch für... Für Uhren. Da müssen wir nochmal zurück, oder? Waren... Da waren wir schon, gell? Ja, da waren wir schon. Da müssen wir nochmal zurück... Boah, oder? Hier lang, oder? Weil da war doch... Ja, perfekt. Digga, ich hab Gänsehaut, Alter. Ja, guck mal, hier ist ein dreieckiger Schüssel. Ja, sehr gut. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Okay, mach's auf. Oh, ne. Oh, wir brauchen einen zweiten. Okay. Die Hand von dem schaut echt creepy aus. Krank, oder? Voll mit Blut. Aber wir haben anscheinend so ne Hand... Alter. Ih, ne Kakerlake. Okay. Kommen wir dann nochmal lang? Ah, das bringt uns nix, gell? Oha. Okay. Okay, ich will raus. Ich hab Platzangst. Digga, da hab ich ja instant gerade Platzangst bekommen. Digga, aber instant gerade Platzangst bekommen. Retalk. Okay, da haben wir einen Zahlenschloss. Das bringt uns auch nichts. Und hier haben wir auch keinen Schlüssel. Was wollen die denn eigentlich für einen Schlüssel haben, da? Sieht man gar nicht. Oder eher mit dem Hammer kaputt hauen? Geht auch nicht. Okay, dann müssen wir nochmal... So. Ah, warte mal. Das haben wir auch noch nicht. Ah, okay. Also, die Oma ist auf jeden Fall eine Serienkillerin. Richtig gestört, die Alte. Hä? Warte mal. Ah, da waren wir. Digga, Puls war 92. Das... Das ist nicht gut, Chat. Das wisst ihr aber, oder? Okay, vielleicht müssen wir nochmal irgendwo ein Bild machen oder so. Ein Foto. Ah, das wollten wir eben anhören. Aber das ging nicht. Ah. Ja, dann würde ich auch weinen, Mann. Wenn ein Dämon sich an ein Mensch an ein Mensch... ... 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 Okay, irgendwelche Objekte. Egal, was für eine Tür geht denn gerade auf? Haltung anheben. Ich habe gerade Haltung angenommen. Haltung anheben. Papa denkt also, ich werde besessen. Okay, da haben wir zum Glück ja noch nichts. Wir haben noch kein Schwindegefühl oder sowas. Nein, ich glaube, die kann man nur eine Stunde machen. Okay, es ist doch unmöglich, dass ich besessen bin. Das muss ein Irrtum sein. Diese Bilder, dieses Bein, dieser Arm. Das habe nicht ich gemacht. Papa denkt, ich werde besessen. Gott, mein Kopf. Oh nein, eine Tür, eine rote Tür. Was passiert mit mir? Ist das, worüber dieser Mann gesprochen hat? Das passiert mir doch nicht wirklich. Ich habe so Kopfschmerzen. Oh nein. Eine rote Tür. Könnte es die Kellertür sein? Also, wieder rein in den Keller. Oh, warte mal. Ah. Leute, da waren wir eben nicht drinnen, gell? Oh, das Bad. Äh, es stinkt abscheulich. Oh, warte mal. Oh. Blue. Knies. Do not. Ketten. Vielleicht kann ich sie mit etwas aufbrechen. Okay, Hammer geht nicht. Oh. Kombination. Right. Five left. Kombination. Rechts. Fünf links. Okay, da waren wir schon. Ach so, rote Tür hat er gesagt. Keller. Ah. Okay. Hier waren wir schon. Waren wir da schon drinnen? Nein. Okay. Okay. Oh, oh, oh. 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 oh, oh, oh. Oh, oh. oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, 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 oh. Vielen Dank.